hier ist echt gar nichts los so meine Eisenspitzacke geht auch gleich kaputt und ich bohre das Karte noch ab dann gehen wir wieder nach Hause oh wir haben schon 18 Uhr 14 mein Gott ne wie lange ne ich schon auf ich glaube Prozent keine Ahnung wie lange da oben muss ich hin da oben muss ich hin zum gelben Ding da ne das da oben ich muss da oben hin Prozent Ernsthaft Prozent Prozent ich habe mich jetzt einfach und rechten so lange dass die Spitze Haken noch ausfällt und bumm so dass Bruch auch gerade noch ab ist jetzt eh kaputt gegangen wo ist jetzt wollt ihr mich verarschen bitte sagt jetzt nicht dass das Leute das Ding ist da oben auch mehr auch ich habe in der Werkbäume gut und Eisen Nennen 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 ich mache da nicht bezahle der Dorf dann muss ich irgend wieder hochkommen das Kloster aber über der Lava Natur Natur es muss ich bis da oben hin Nennen K hallo dort nämlich auch mit und es legt zu hoch 4 auch wisst ihr was ich habe mich jetzt einfach hoch mit der Erde wenn ich habe ja noch genügend Erde so das Bruch auch gerade noch schnell alles so Flott ab die 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 und was ich denn da ob noch ein das mache ich denn hier ab da hoch b wo bin ich die jetzt hier auch hier bin ich wie lustig noch bisschen höher oder warte netas 24 meter entfernt dann gehst du jetzt mal zu Fuß hin und ich 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 es ist noch weiter oben der die 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 ja jetzt sind er da glaubt hier gott sei dank ab nach hause ab nach hause nach hause nach hause Prozent Knöpfchen drücken Prozent ich kann mich auch ohne Prozent Tusch das Kastor das der die ich geht die 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 und jetzt habe ich aber viele Prozent Peter Quartier und Scheiße das Ding Bums Scheiße da äh essen essen, 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 kommt da rein erde, kommt du rein meine Dierspizze da ist er das tue ich so ähm so, dann brauche ich Zuckerrohr Zuckerrohr da ist mein Zuckerrohr braucht die Bad Zuckerrohr Wasser? ja so 18 Zuckerrohr und es leckt und leckt und leckt äh 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 wie geht das nochmal Papier so haben wir noch Leder ne natürlich nicht k k k wo seit die Kühe ich brauche ich brauche ich brauche Leder und im nächsten Park machen wir auch hier die Fenster glaube ich glaube ich schon ja ähm jetzt brauche ich erstmal äh Kühe die Kuh 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 das sind alle Schafe Kuh Kuh Schärfe Schäfer Schäfer überall Schafe 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 mit erkunden gehe jetzt jetzt brauche ich aber Küh wo seid ihr oh nein bitte nicht niesen nein 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 boah boah sorry ich musste grad mal niesen boah es kribbelt alle Kühe ja Juhu da hinten muss noch eine sein oh da sind sauviele yeah Kuh warte Kuh Kuh oh nein boah das kann doch nicht wahr sein oder m